Die Menschen scheinen sich immer mehr in ihre eigene Welt, ihre Bubble, zurückzuziehen. Und in den sozialen Medien verbreiten sich Fake News und Verschwörungsmythen. Ich habe einen guten Freund, der ist während der Corona-Zeit sehr zu diesen Corona-Leugnern geworden und hat da ständig gepostet. Das ist, glaube ich, auch eines der größeren Probleme bei Bubbles, dass halt das, was laut ist, was rausgehauen wird, das kommt in die Ohren. Und das verbreitet sich weiter. Ich habe dann tatsächlich zu den meisten, die so ab dem Corona-Zeitpunkt zu den Querdenkern gezählt hat, tatsächlich Distanz versucht aufzubauen. Jeder hat in seinem Umfeld schon diese Erfahrung gemacht. Warum glauben manche dem Facebook-Freund und der Frau aus der WhatsApp-Gruppe mehr als den offiziellen Nachrichten? Beim Versuch, das zu erklären, tauchen in der Wissenschaft immer wieder zwei Begriffe auf. Digitale Echokammern und Filterblasen. So eine richtige wissenschaftliche Definition von Filterblasen, das ist nicht so richtig. Das kommt ja von dem Internet-Aktivisten Eli Pariser, der diesen Begriff geprägt hat. Eine Filterblase hat er definiert als ein persönliches Informationsuniversum für jedes einzelne Individuum, was tatsächlich durch algorithmisch induziert zustande kommt, durch algorithmische Personalisierung. Ein Algorithmus filtert die angebotenen Inhalte auf Basis des eigenen Suchverhaltens. Eigentlich ist das eine feine Sache und hilft das World Wide Web zu durchforsten. Aber der Algorithmus verengt auch die angebotenen Inhalte. Dadurch, dass eben der Algorithmus ja auch nicht unterscheiden kann, ist das meine Meinung, vertrete ich das? Oder will ich mich einfach weiterbilden und will ich mich informieren und versuche vielleicht auch irgendwie zu einem Thema gegenzurecherchieren und mir eine umfassende Meinung zu bilden, glaube ich, dass man dann vor allem in so eine Filterblase gerät. Auf der einen Seite ist das Internet halt so groß, dass man, glaube ich, eine Orientierungshilfe braucht. Jetzt beim Einkauf zum Beispiel finde ich das in Ordnung. Wenn es allerdings um politische Themen, um ernste Themen geht, dann ist natürlich durch so eine Bubble das Denken relativ eingeschränkt. Die digitalen Echokammern dagegen sind Gemeinschaften, die wir uns selber aussuchen. Wir umgeben uns also mit Menschen und Gruppen, die das gleiche Interesse haben. Das kann die Familien-WhatsApp-Gruppe sein, aber auch jene mit den Leuten von der letzten Demo. Kompliziert wird es dann, wenn wir nur noch die Meinung dieser Gruppe gelten lassen. Ich glaube, sowas ähnliches wie echokammerartige Strukturen, so in sich sehr homogene, isolierte Gruppen in der Gesellschaft gab es früher schon. Es ist durch die sozialen Medien deutlich leichter geworden, das zu machen. Also diese Gruppen können auch größer werden, es ist leichter, sich zu vernetzen. Ein Like, ein Follow, ein Retweet reicht im Prinzip schon, um sich zu vernetzen. Eine Gruppe von Gleichgesinnten bildet sich. Eine Gruppe, in die nur Ausgewählte aufgenommen werden. Da geht es viel um, welche Meinungen, welche Vorstellungen passen in das eigene Weltbild. Wir sind als Menschen generell darauf gepolt, dass wir gerne sowas wie kognitive Dissonanz vermeiden wollen. Also Dinge, die wir, Informationen, Meinungen, die nicht irgendwie in unser Weltbild, in unsere Einstellungen passen. Und wenn jetzt irgendwelche Akteure, die ein ähnliches Weltbild wie wir vertreten, uns irgendwelche absurden Dinge erzählen, dann glauben wir das vielleicht. Ist das deine Chefin? Mann, hat die sich verändert. Das war vor zehn Jahren, da war sie nur euroskeptisch. Uff, was ist passiert? Zuerst hat sie komische Webseiten aufgerufen und die Artikel von Boris Johnson gelesen. Die EU würde Kondomgrößen regulieren und eine Bananenpolizei einführen. Sie hat sich im Netz radikalisiert. Oh, das tut mir leid. Ich glaube, wenn man es mal auch noch relativ einfach versucht darzustellen, sind, glaube ich, soziale Medien sowas wie Ermöglichkeitsstrukturen. Also ich würde sagen, dass sich die Attraktivität in Begriffen wie Filterblasen und Echokammern in ihrer Einfachheit liegt. Und man sehr einfach auch sagen kann, die Algorithmen sind schuld, die sozialen Medien sind schuld. Die Radikalisierung einzelner Gruppen und ihr Gefährdungspotenzial für die Demokratie ist längst Thema von Wissenschaftlerinnen und Fachtagungen, wie am Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhang in Jena. Und was wir sehen können, ist die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und hier kann man sehen, dass derartige Inhalte, Verschwörungstheorien zu Impfschäden, zu QNern häufiger in den Chatgruppen zirkuliert und diskutiert werden als in den Kanälen, die mehr die autoritative Information sozusagen verbreiten. Ist das, was ich im Netz lese und sehe, wahr oder fake? Es braucht den Realitätscheck. Ich bin so ein Mensch, der guckt erstmal ein bisschen kritisch drauf und ich versuche da meinen eigenen Verstand zu bedienen, einfach um nachzuhaken und dann forsche ich nach, passt das, stimmt das, passen die Bilder überhaupt zu der Nachricht. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich Zeit lassen, weil zuerst sind immer die radikalen Meinungen vorhanden. Und dann dauert das eine Weile, bis sich alle Bubbles quasi mal lange genug berührt haben, dass man mal wirklich drüber geredet hat. Raus aus der eigenen Blase. Entscheidend dabei der bewusste Umgang mit digitalen Medien und ihren Fallstrecken. Der entscheidende Filter, das kann man glaube ich tatsächlich schon beobachten in den letzten Jahren, ist eher so der Filter im Kopf. Es ist cool, babe. Es ist cool, babe. Es ist cool, man. Es ist cool, man. Es ist cool, man.